Moin Leute, hier ist wieder André von Minions Swarm, mit dem Error dabei, dem Manu dabei und Claudio. Hallo. Um es anders zu sagen, hältst du mal dein Maul? Crazy Slate ist Claudio, Freight, Freight, Freight Error ist natürlich der Error, wie ihr euch denken könnt. Und der Freaky ist natürlich der Manu. Wir haben als Gegner Pantheon, Phyllis, warum schon wieder ein Darius? Warum? Weil Darius einfach OP ist, mit Heal und Ignite. Aber wir haben so einen schönen Snuffy-Team. Oh, wir spielen von unten Orgasmus. Hallo Leute, Vorsicht, ab 18 die Version, ich kriege einen Orgasmus. Warum ist meine Anzeige nicht jetzt unten? So, was meinst du, Error? Kriegen wir das Handy immer oder werden wir jetzt verkacken dank der Aufnahme? Ich kriege einen Vorführeffekt und so, wir werden rocken gehen. Wir knallen die einfach weg. Wir haben Claudio, ja. Ich kann ja ein bisschen tanzen, kein Ding. Ich persönlich hätte an Claudio's Stelle Boots und Healpots genommen, weil Mitte ist für mich immer so. Ich weiß aber nicht, bin ja nicht so der Pro. Nö, also ich mach's eigentlich auch so wie er. Hast du eigentlich schon gesehen, was der liebe Timo nimmt? Gehst du wieder nach vorne, Standard? Hure, geh nach vorne. Ja, ich bin dabei. Nein, nein, geh, ganz wahr, ganz wahr, komm zurück. Fail. Nö, hier, ich bleib hier. Nein, geh, komm, hierhin. Komm, ihr habt ihr da rein schießen. Wir haben auf jeden Fall schon mal, ey, Star. Ihr habt Darius auch. Darius wurde noch gar nicht gesehen, warum ja? Na, okay, ja, ist okay, heizt Moll, ja, ja, ich seh's, Darius ist da. Okay, wir bleiben ab Tower. Darius geht aber auf Full Tank, aber trotzdem macht er... Scheiß-Damage. Es empfiehlt sich immer in Bewegung zu bleiben, damit die Rüstung nicht rostet. Genau. Und dann ein bisschen tanzen, dann rostet die Rüstung eigentlich auch nicht. Ja, aber Bewegung ist besser. Also ich tanze wie Michael Jackson. Äh, hier nochmal, äh, vorhoffentlich kann ich das eben zur Tower gehen. Also nochmal für euch Leute, auch wenn ihr das eben nicht, äh, eben sehen konntet. Der Error hat Volibier, der Claudio hat Ari und steht natürlich wieder am falschen Tower, weil er Noob ist. Und der Manu hat den Talon. Dann haben wir hier noch natürlich einen porno-rösen Timo. Mal gucken, ob wir dieses Game gewinnen. Was hat sich Timo denn geholt? Oh. Das ist AP-Timo, einer, der nimmt uns alles weg. Mal gucken. Fiddle Stick, worauf geht er? Okay. Ich glaub, der geht auf sein... Ich glaub, der geht auf sein Leech. Lasted Time. Ah, fuck. Wie noobisch seid ihr denn? Ja, die befissen sich. Wie noobisch sind die denn? Lasted mit 4 Gold extra, was ist los? Äh, gehst du mal eben rein hier in den Busch, in den ersten? Weg, 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 weg. Hättest du Ari erwischt? Ach, Ari, nee, wie ist das? Ähm, Ash. Hättest du Ash erwischt, wär geiler, aber... Ja, er ist dazwischen gerannt. Passt. Jetzt chillig spielen. Du kennst nicht. Du kennst nicht mein Gangplank. Ja. Der Timo gefällt mir. Oh, Darius, was bist du für ein Ding? Hm, noch kein besonders guter Hopper. Ja, super, ich kann nicht da oben gehen, ey. Ah, eben kurz die Kills abfangen. Ah, die Kills, die Skills. Das eine, was dich am Pantel nervt, ist seine Passive, ne, seine Passive von seinem Sperrwurf. Äh, ich mag eher vom Pantel nicht den Block, muss ich ehrlich sagen. Oder ist seine Passive generell, ich hab keine Ahnung, ich hab Pantel eigentlich nicht gespielt. Passive hat, glaub ich, war doch diese, dass er, äh, drei oder vier, äh, Angriffe macht und dann Block oder so. Äh, er fängt drei oder vier. Nein, 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 nein. Er fängt ein paar Angriffe und darf dafür noch was blocken. Ja, irgendwie so. Ja, aber ich bin darauf nur nicht, äh, vorbereitet. Ja, es ist vollkommen in Ordnung. Und wenn müssen wir, äh, nur weg von deinen Last Sits. Ja, ich scheiß auf die Vögel. So. So, ein Gangplank-Carry untergeben haben wir mal geil. Hm. So, das habe ich alles einmal ausgewählt. Ash, du kriegst jetzt eben einen, ne? Aber das tat dir auch mittelmäßig weh. Da ich einen Heerpot schon nehmen musste, war ein bisschen kacke. Dass Darius vorne ist, ist doppelt kacke. Darius, geh weg, danke. Toll, der lag. Nein, 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 nein. Oh, Erro, sag doch Bescheid. Ach, passt. Wenn das jetzt kein Laugh-Fit gibt, ne? Dann kriegst du eine Rischi auf die Fresse irgendwann. Ja, was ist los mit dir? Was soll los mit mir sein? Ja, wenigstens ist er zurück. Das muss ich ja lassen. Das war ganz okay. Gehst du bitte, Ari? Ach, Ari, Mann, ey. Ari! Du hängst dich echt gern, ne? Nee, ich habe nur gerade eben, weil ich überlegt habe, wie Claudio jetzt Ari spielen wird. Ich möchte auch eigentlich mal in der Mitte gerade aufnehmen. Gehst du mal weg, Bitchfresse? Hallo? Geh... Na, will ich noch mal hin. Kurz Mitte gucken. Ähm, scheiße. Kann man... Kannst du... Hast du gerade oben Zeit, äh, Manu? Jein. Wenn du genug Zeit hast, geh mal bitte Mitte. Er muss mal zurückgehen. Das bringt gegen Viertel sonst nichts. Ja, ich guck mal kurz. Echt, ich denke, ey, Thibaut kann ja die Lähne noch mal kurz alleine halten. Ja, Hauptsache, du klärst dich mit dem ab, ne? Hm. Na, Ari. Ach, Ari, Mann, Ash! Was ist das denn, ey? Und er ist auch ziemlich slow. Wer? Ja, es ist super, wenn er es runterkommt, aber er kann sich hoch leaschen. Er geht voll auf sein Dings, ey. Auf sein Livestil, meine ich. Liedschen, was? Liedschen? Dumm? Liedschen? Oh. Dings ist im Gebüsch? Nee, sag an. Ja doch. Oh, dieser wicks. Wir gehen mal weg. Runde. Tyler kann mittehalten. Ja, geh kurz weg, dann teilt euch die Penis, hier geht nichts verloren. No, wow, sie hat eh eh geskillt. Ist ja auch nicht so, als wenn wir nicht wissen, dass Darius da unten ist, so Vogel. Aber wie immer, spätestens ab meinem R, gibt es den ersten Tod? Ja. Das ist so voll wie in der Mitte. Und Darius, du bist ein bisschen? Ja, okay, ich hab mal durchgepuscht ein bisschen. Der Phil, sich halt echt, glaube ich, nur einmal richtig erwischt, sonst an die Gewände. Und der Timo chillt in die beiden oben, die konnten jetzt beide mal weggehen. Oh. Scheißegal, so lange die pushen. Ähm, Leute, die, die wieder mal zugucken, wie eben gesagt, wundert euch nicht, wie ich Gangbang spiele, es funktioniert, glaubt mir. Zweifel. Nein, 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 nein. Error? Ich weiß, dass das kein Angriff war, das war ein Verjagen. Nee, das war noch nicht mal ein Verjagen, das war einfach dumm von mir. Und der will mich hier ranziehen, weißt du? So Dinger. Äh, ein Level muss ich auf jeden Fall nur hierbleiben, dann kann ich überlegen, ob ich zurückgehe. Das heißt, jetzt geht es auf die Versailles erstmal. so armann kommt schon level 6 hat du bist schon einfach sagen das ist nur sagt bescheid zurück zurück einfach zurück bitte der team hat da oben seinen spaß mit den beiden das ist doch schon mal gut klingt amüsant geh mal eben unten in den busch rein aber nur an die ecke und dann wieder weg genau passt da soll nur wissen dass wir wissen wo er ist wie gesagt level 6 bin ich weg ne da da muss man kurz halten ist schon vorher weg das war auf jeden Fall nice gemacht von der Ash ich hab voll nicht damit gerechnet die hat ja auch gerade erst level 6 geworden die hat die ulti geskillt und sofort mal auf dich verballert der Hammer damit hab ich so gar nicht gerechnet Ash ich hasse dich und damit bist du leider jetzt tot tut mir leid ich wollte nur angenehm sein aber das äh jetzt gibt es leider Tote weißt du sehr schön immer ulti das hast du doch oder du hast so viel live macht doch die Lastsitz alter die können ja nichts ich hab äh 4 gemacht das reicht das meine ich dich ich mein gerade äh Claudia ah dann ist gut ja hab ich noch gemacht äh ja geh zurück geh zurück nutz die chance geh zurück so level 6 dann ist Ende ne das weißt du ähm aber ich hab das Gefühl dass äh komischerweise der Darius weniger Darius was auch immer weniger aushält als die Ash wobei er als auf Tank geht weißt du hm hm das kriegen wir hin ähm wie wie sieht die Planung für dich aus wenn wir so schmeißen du hast nicht genug live geh bitte zurück und wenn du wieder da bist legen wir los sag ich hab auf jeden Fall noch ein Heal und ein Passiv geh zurück und komm wieder ah ja ist äh die Passive nicht unnötig weg triggern lassen ne ah die kommt so schnell wieder der Darius merkt schon dass er sich mit mir nicht anlegen soll jetzt gerade boah der kassiert auf jeden Fall ganz gut Schaden ich musste eben umhelfen um Ulti kein Thema Dankeschön ich hoffe mal es hat dem Timo geholfen naja auf jeden Fall hat er dadurch ne keinen Speichern Schaden kassiert ach ich muss verpiss dich doch wenn er von der alle er hat jetzt ja unsichtbar ein Busch gerade ich benutze dazu muss gesagt wenn ich benutze mein Ulti auch gerne einfach nur um jemanden in den Arsch zu retten ganz im Ernst ja ist auch ganz geil hin dahin 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 kriegst du ihn? ne den kriegst du nicht scheiß drauf hol dir den Charm ja ich bin da ich kann grad sagen was ist da ey Darius hat uns schon gesehen ey oh 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 okay da steht ein Busch ähhh so komm zurück komm zurück komm zurück wir mach jetzt in auf dick passiv oh boob ne war nur Anmerkung dass er sich verpissen soll was verraste denn sie hat gedacht ich stehe da vorne bereit zum Angriff jetzt stehe ich da vorne bereits im Angriff oh, ups sorry du hast ordentlich gecrittet, würde ich meinen tut mir mal leid sogar nicht, würde ich sagen ups, salat da hat jemand Angst vor dir so, jetzt wird erstmal ein bisschen Mana gespart und zwar einmal für Q das heißt 65 165 Mana brauche ich und dann geht's los und 30 Sekunden natürlich, ist ja ganz klar du hast nicht zu viel, ich auf Clarity gespeckt irgendwie, ne, dein Summoner nein, das brauche ich mit Wolibe eigentlich nicht wie du siehst, Mana Probleme habe ich keine ich erinnere mich an die Situation mit Gragas damals mir ist klar, dass du kein Mana warst, was machst du denn da ich hole mir einen Lastet äh, Lastet am Arsch, ey, du bist ein Kacklappen siehst du, jetzt geht der unten rein zack, runter da, runter da, hol ihn nee, Schwein gehabt wieso Schwein gehabt ja, für ihn, für ihn nicht für uns mein Gott wir fressen die eh ja, rede doch mal Klartext, Junge du verwirrst deine Abonnenten was, ich hab keine ich hab dich abonniert damit reißt du damit hast du die Abonnenten den du verwirrt hast okay, okay, warum greifst du an das war ein Autohit boah, ich krieg Kopfschmerzen du benutzt dein Scheiß schmmeißen gar nicht jetzt gerade, bitte ne Pantheon SS für die, die es interessiert ja ah Darius hat's Maul so Leute, nochmal, kleine Randinformation wenn es lag, dann, äh, na, lag das Error des, äh, komm, muss ich dir eigentlich alles sagen, alter ne der Typ noch, noch näher hätte der nicht sein können ganz ehrlich ja hm schmeiß den, oh, schmeiß den Darius oh, Timo, oh, Timo, oh, boy, Timo, oh, Timo ne, da haut man, oh, Timo, schrein ne, das war auch dumm, dass er da angreift greift, obwohl er weiß, dass ich weg bin ok, wir haben ein SS wir haben einen Reh ähm, warte, ich mach eben noch diesen Last-Sits hier und du gehst bitte defensiv zurück ich hol mir eben Eifer, dann wird's gefährlicher für die kann ich mir... wenn du schneller erlenden kannst ne, ne, warte, warte mal kurz 700 1400 bräuchte ich Scheiße prob mal, willst du weg gehen? ja, ich hab grad auch... ja, Mist oder so äh, Panthe oh, ne ja, SS, ne, SS wurde nicht angesagt das war echt scheiße gerade das war scheiße für mich ne, unser SS ist egal ne, unser SS ist egal der Pantheon aber, äh, teilweise hätte, ähm ich glaube, ein bisschen mitdenken können aber das ist ein Map Overview, das bei Leute ein bisschen schwieriger als bei Dota na ja so, Claudio, pass auf denn, äh, wenn du jetzt weiter so Fidde fickst dann können, äh, Ero und ich in Ruhe hier alles ficken und dann haben wir schon gewonnen, das weißt du, ne? also, ich hab diese eigentlich gar keine Probleme ja, weil ich gerade war der, war der Gang einfach nur da, der, der dich gefickt hat so, finde ich jetzt super, dass die nämlich nach vorne kommen Aero macht jetzt bitte nix falsches Versuch mit, das müsste echt? Ne, da ist ja, ne, da ist ja, ne, da ist ja, ne, da ist ja, ne, da ist ja da ich gebrochen, kann so kann so kann so kann so in den Busch rein, in den Busch rein und irgendwen schmeißen ja, das war's weiter geht's typisch Gangplaying ich kam noch nicht mal dazu, meinen so schön hochgelevelten W einzusetzen wie wahrscheinlich einige jetzt bemerkt haben, war das ziemlich Schwachsinn, was ich gemacht habe aber ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen ich wollte einfach diesen Kill haben die alte wusste auch nicht, wie ihr geschieht, ganz im Ernst und was ist? geh mal hoch, versuch mal ein bisschen zu helfen ok, ok du als kleiner Support müsstest eigentlich noch mehr supported werden hier unten hast du halt zu wenige Möglichkeiten mal anzugreifen ja, ich hatte gerade eh das größte Problem überhaupt wenn Viertel kommen würde, dann könnten wir ihn uns holen ja, ich könnte, der kann ja mal ein bisschen pushen �� эксп bunlar war scherbigania eine wir haben wedding werden Race Club thinkin so extrem nicht bei mir ich klicke ja nie ok, wo ist Vander? da ist er ja drauf? ja 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 kommt schon, kommt schon nice, den Habtor war ja, ok Achtung, Pantheon kommt runter. Und Wukong mit, und Wukong kommt mit. Ja, macht doch nichts. Oh, wir gehen so rum. So, schnell runter, schnell runter, bitte Asch aufhalten. Der Typ hat eine Noob-Aktion gerissen. Das weiß er auch. Sehr schön. Ich hoffe, das wissen unsere Zuschauer auch gerade. Bitte runter. Das war kein Witz. Der Tauer ist jetzt weg, Errone. Der Tauer ist jetzt weg.